Ich bin Samia Scheidegger und mache hier in der Geburt die Lehre zur Küche. Ich bin im zweiten Lehrjahr und zeige euch heute mal, was ich so mache. Kommt doch mal mit! Hier ist gerade unser Gemüse für den heutigen Tag geliefert worden. Meine Aufgabe ist jetzt, in unsere Betriebseigenen Gewinde umzuladen, schaue, dass alles in Ordnung ist und den Lieferschein mit der Bestellung abzugleichen. Ich bin jetzt gerade am Züllenverbereiten für die Elbblomagaronen heute Mittag. Gleichzeitig koche ich auch noch das Wasser für die Mühle. Ich bin jetzt gerade an unserer Speisausgabe. Meine Aufgabe ist, Speise für unseren Gast möglichst schnell und schön anzurichten. Ich schaue darauf, dass alles vom Tellerrand weg bleibt. Und wenn es dann doch daneben geht, würde ich das mit meinem Tuch wegputzen. Ich arbeite gerne in der Geberit, weil wir eine ruhige Atmosphäre haben, ein gutes Team, abwechslungsreiche Arbeit. Und ein grosses Plus sind die Arbeitszeiten. Ich habe geregelte Arbeitszeiten und am Wochenende frei. Wenn du hoch werden willst, solltest du immer in einem Team arbeiten können. Interesse an Lebensmitteln haben, Freude am Kochen und kreativ sein. Das war mein Beruf als Köchin. Ich hoffe, ich konnte eure Interessen wecken. Wir würden uns über eure Bewerbung freuen und wenn ihr euch bei uns vorstellen würdet. Weitere Informationen findest du auf unserer Internetseite www.geberit.ch www.geberit.ch